was geht ab leute herzlich willkommen bei der allerersten ausgabe von b a car grappling challenge ja ich habe richtig gehört jiu jitsu im auto so wie es aus vielen vielen videos kennt doch diesmal die allererste version in deutschland und ich hole auch direkt das erste team was kämpfen werden wird so helmut gegen karen machen den ersten kampf insgesamt haben wir acht jungs es wird ein turnierbaum gekämpft heute gibt es schon den gewinner und zwar kriegt der gewinner ein richtig geiles richtig geiles package ein komplett paket eine komplette ausrüstung von unserem sponsor weiter handschuhe mundschutz man da ist ein tiefschutz und alles drum und was dazu gehört das können die jungs gewinnen vier kämpfe pro seite insgesamt fünf geile falls und wie lange sind die runden also es wird so gekämpft jeder kampf geht drei runden nach drei minuten wie ein ganz normaler amateur kam natürlich wer tippt ist raus wenn es nach drei runden keinen sieger gibt entscheide ich wer gewonnen hat denn wir werden danach gehen mehr submission attempts klasse das heißt wenn jemand in der guillotine ist oder im re naked chocken irgendetwas was am abkacken ist der wird auf jeden fall verlieren denn er war ja schon fast vom tappen ich würde sagen wir reden gar nicht lange weiter denn ich freue mich übertrieben aufs format wir stellen euch nämlich noch ganz kurz das auto vor in diesem wunderschönen auto wird in diesem wunderschönen platz gefightet erster fight karen gegen helmut alle sind aus unserem gym fashion alle white belts jungs habt ihr Bock auf jeden fall ich hab ja so Bock also die regeln sind wie folgt beide jungs sind angeschnallt am anfang an auf mein signal dürfen die abschneiden machen was sie wollen es wird so gemacht wenn nach der ersten runde immer noch kein sieger natürlich gibt wird für anfang die zweite der zweiten runde auf jeden fall die plätze getauscht so das ist das erste mal dass wir es drehen mal sehen ob das reibungs ausläuft denn ich habe übertrieben Bock auf ein paar richtig geiles vermischtens dann würde ich sagen läuft die pfeife so leute ready 3 2 1 auf jeden fall auf die drange lauf wirklich die drange ja mal ganz schön auf die drange ja mal ganz schön auf jungs auf komm karen pass auf die drange lauf Weh, 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 weh! Sehr schön! Zieh durch Helmut! Hälfte geschafft! Geh dann mit dem Gurt, geh dann mit dem Gurt! Geh dann mit dem Gurt, nimm den Gurt! Aber zieh nicht zurückhaltig! Ihr habt noch 45 Sekunden! Ich hätte sie so sauer. Der ist Piss, Junge, der ist Piss! Takedown! Was für ein Takedown? Nimm den Gurt! Lass die Hände oben, lass die Hände oben! Woah! Geht die nach vorne zur Not! Pass auf die Kamera! Oh, shit! Oh, shit! Zieh! Keren! Keren, pass auf das Takedown! Keren nimmt den mittleren Gurt, der ist unter seinem Kopf! Ja, zieh da! Zieh den von da! Schön, Helmut! Das ist kein Gurt! Das ist kein Gurt! Das ist kein Gurt! Was? Ich brauche, ich brauche jetzt! Schaffe! Schöne erste Runde, Jungs! Einen Start! Los! Drei! Zwei! Eins! Auf geht's Jungs! Ballen! Zieh die Gurtine! Ja! Zieh Keren! Der gibt Gas, Alter! Keren, nimm den Gurt! Nimm den Gurt! Gurt! Gurt sie! Jungs getappt! Tapp! Klapp! Unser erster Sieger, Keram! Keram, gewonnen! Komm, Helmut! Du hast eigentlich Bocksting zu gewinnen, hast einen geilen Kampf geliefert. Wie hast du verloren, da ist deine Kamera, da kannst du reden. Ja, also die erste Runde, das war eigentlich ein ausgeglichenes Match, sag ich. Aber dann in der zweiten Runde, Keram hat die Guillotine reinbekommen, hat mich in die Ecke reingedrückt von dem Sitz, auf einmal war der sitzt tief. Und ey, da bin ich nicht rausgekommen. Aber war ein starkes Match, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Sehr geil. Keram, unser erster Sieger! Wir wissen ja, du hast viel Power. Ja, das war eine geile Erfahrung, ist auf jeden Fall anders als AMA-Grabbling, weil im Auto kann man nicht viel machen. Einfach nur viel Power anwenden und dann irgendwie durch. Ich freue mich auf jeden Fall, du bist in der Runde weiter. Mal sehen, gegen wen du kämpfst. Noah gegen Arjan jetzt. Von der roten Ecke sozusagen, du bist auf der blauen. Du kämpfst dann entweder gegen Jimmy oder Nikolaj. Alles klar. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Die Nächsten sind dran. 100 Kilo, unser Arjan gegen unsere Noah kämpfen jetzt. So, ich würde bitten, Arjan, Ballfahrer, erste Runde. Noah, Fahrersitz. Auf, auf, auf. Jetzt mach ich euch Beine. Warum ist das Auto nicht am? Auto ist aus jetzt. Auto bleibt aus. So, zweiter Kampf startet. Predictions! Du sagst, der Arjan findet. Arjan findet. Arjan findet. Arjan findet. Das wird Arjan durch Flying Amber. Arjan durch Flying Amber. Ich glaub. Mal sehen. Mal schauen wir mal. So, Leute, seid ihr ready? Ja. Drei, zwei, eins. Piiiik! Aufstehen! Aufstehen, aufstehen! Das ist das wieder schlechthin! Oh! Achne, achne! Check check check! Abstehen, abstehen! Hört ihr, Herr? Arbeit mit dem Kurp! Haha-hah-hah-hah! Böken, einfach... Oh-haha! Oh, mit dem Sitz! Arja, bei der hat sich Kappmann-Nasi. Oh, shit! Arja, check! Ihr dürft Tipps geben, ihr dürft schreien! Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich seh nicht was passiert! Spiegel das schon mal, das ist frech! Ja, das geht wieder rein, Arja! Au! Ja, ja! Zerleg alles! Arja, komm mal klar, komm mal klar! Schalt schon mal ab! Das geht nicht kaputt! Das geht nicht kaputt! Das geht nicht kaputt! Er hat sich getappt! Arja, er hat sich getappt! Arja, er hat sich getappt! Durch was? Ich hab's nicht... Der Blut! Scheiße! Alles okay? Gibt's weh? Alles okay? Alles gut! Wir haben sie gut! Uff! Du bist nur bei einem Bootlegs! Nur in die Hand kommen wir in die Garten! Ich hab Erfahrung gewonnen! Mit was hast du getappt? Denk was? Ah, denk war! Ach du Scheiße! Zeig mal her! Komm her ins Licht! Das war wegen Spiegel, ja! Uff! Eijawoll! Das gibt Brokkoli Ohren alle! Ja! Ich hab nichts anderes erwartet! Bei dem Kampf gab's jetzt schon eine kleine Verletzung. Der hat das halbe Ohr im Auto gelassen. Was sagst du dazu? Ja, ähm... Nur die Harten kommen in den Garten! Also es wird jetzt auf jeden Fall problematisch sein, wenn der im Ring ist und du ihm Ansagen gibst. Du meinst, der kann dich auf der Seite... Der kann mich auf jeden Fall hören! Ne, es war ein guter Kampf. Es ist nur ein bisschen gekrass. Also! Gameplan für heute! Ich geh jetzt zum Friseur! Die Seiten auf null! Und danach ab ins Krankenhaus! Jungs! Ich wünsch euch noch viel Glück! Noah! Bitte gewinn das Ding! Stark! Aber es wird auf jeden Fall... Ich fordere dich hier raus! Rematch! Nächstes Gravelling-Turnier! Nächst am Montag im Passion MMA gibt's ein Rematch an! Da wird wieder der Arsch versüllt vom Kollege Ariane! Was geht ab, Leute? Wie sind hier mit dem Sieger? Unserem Noah? Und wie war's erst mal Karl Gravelling? Gut, gut! Schön dreckig gekämpft! Du hast auf jeden Fall alles eingesetzt, was hier zur Verfügung stand. Der arme Kerl hat das halbe Ohr im Auto gelassen. Das Auto ist ein bisschen kaputt gegangen. Sorry, Audi, dass dein Dach im Himmel und alles kaputt ist. Aber was willst du machen, wenn 200 Kilo in diesem Auto sind? Ich wusste, bei dem wird ein bisschen gefeiert. Hier, tut's weh? Nein, überhaupt nicht. Hast du Spaß gemacht? Es hat übel Spaß gemacht! Ich schlau auf jeden Fall die Rematche! Ich hab gesagt, du machst es nie wieder! Hä? Es hat richtig Bock gemacht! Wir erfüllen eure Träume! Ja! 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 Ja!